Apostate Fake News und Verschwörungstheorien Apostate Eine Gruppe, die sich mit der gefährlichsten Wahrheit, nämlich der Halbwahrheit beschäftigt und diese auch verbreitet. Das griechische Wort Apostasia, deutsch abtrünnig, bedeutet auch Abtreten, Aufstand, Treulos und anderes. Die Definition von Verschwörungstheorien Eine Verschwörungstheorie muss in wesentlichen drei Kriterien erfüllen. Erstens muss sie eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein Ziel gerichtet ist. Zweitens, sie muss von denjenigen, die das glauben, dass etwas geplant ist, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden. Und drittens, muss sie im Gegensatz zu einer offiziellen Version der Wahrheit stehen. Natürlich haben Verschwörungstheorien auch eine Schutzfunktion. Wenn ich an Verschwörungstheorien glaube, dann bin ich vorsichtiger als jemand, der nicht an Verschwörungstheorien glaubt. Das Spannende ist, dass es Verschwörung da draußen gibt und dass der Mensch gut daran getan hat, sich hier evolutionär zu schützen. Aber bis wohin ist es noch eine vernünftige Skepsis und ab wo wird es ein völlig irrationales Gedankengebäude? Da gibt es also ein angebliches Phänomen. Und dann gibt es Erklärungen, zum Teil gespickt mit wissenschaftlichen Begriffen und das Ganze auf einer eher diffusen Gesamtbewegung. In solchen Fällen fällt das Argumentieren schwer. Warum? Als Wissenschaftler oder Bibelforscher bemüht man sich, aber es gibt immer mehr Belege, Untersuchungen, Fakten. Irgendwann ist man überfordert und am Ende bekommt man dann zu hören, oh, ihr unterdrückt die Fakten. Aus Sicht von Wissenschaftlern kann ein klares Täterprofil, zum Beispiel die Wachtturm-Gesellschaft, die Attraktivität von Verschwörungstheorien erhöhen. Und dann erlauben es Verschwörungstheorien natürlich mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, die sind daran schuld. Und dadurch haben Verschwörungstheorien natürlich auch letztendlich eine utopische Dimension, weil sie sich ja eine Welt vorstellen, in der ein Sieg über die Verschwörung zumindest in ferner Zukunft möglich wäre. Wenn wir einmal einer Verschwörungstheorie glauben, filtern wir sehr geschickt unsere Wahrnehmung, um genau die Beweise zu finden, die unsere Theorie stützen. Werden Gegenargumente immer weniger zugelassen, kann aus einer Verschwörungstheorie eine Ideologie werden. Besonders dann, wenn die Anhänger der Theorie sich zusammentun und sich als Gruppe gegen Kritik abschirmen. Es ist ein Plan da und man ist da natürlich auch derjenige, der den Plan versteht. Und das hebt einen aus der Masse heraus. Während die meisten Leute durch die Welt laufen, wie Verschwörungstheoretiker das sagen würden mit geschlossenen Augen, sind Verschwörungstheoretiker diejenigen, die verstanden haben, was wirklich vor sich geht und das ist natürlich auch eine Bestätigung der eigenen Identität. Es gibt einem das Gefühl, dazu zu gehören. Verschwörungstheorien erscheinen oft sehr sorgfältig und detailliert durchdacht. Sie bieten eine Menge bestechend erscheinender Argumente. Aber meist setzen solche Theorien im Kern auf die Urangst. Es gibt da diese große, mächtige Gruppe, die uns allen etwas Böses will, zum Beispiel die Wachturmgesellschaft. Und wer dann am Ende daran glaubt, tut sich schwer, sich dann davon zu lösen. Letztendlich gibt es nichts leichteres, als Zweifel zu sehen. Selbstverstärkung Zweifel ist oft das erste Kapitel bei der Entstehung einer Verschwörungstheorie. Aber dann kommt etwas dazu, nämlich die Selbstverstärkung. Vor allem durch die sozialen Medien. Es scheint sogar so, als wäre das Internet ein idealer Nährboden für das Entstehen von Verschwörungstheorien. Durch Falschverbreitung entstehen urbane Legenden. Schließlich findet man sich aufgrund von Internetfilterblasen und Algorithmen in einer Echokammer wieder und wird in seiner Weltsicht bestärkt. Newsfeed Klicken Liken Und Teilen Zur Zeit der Nazis wurden Verschwörungstheorien als Waffe zum Antisemitismus benutzt. Viele Juden wurden wegen Hass daraufhin gemobbt und ermordet. Ebenso wie Jehovas Zeugen. Die Geschichte habe gezeigt, dass Verschwörungsideologien leicht in Vernichtungsideologien münden können. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Links in der Videobeschreibung. Falls Ihnen der Kanal gefällt, lassen Sie ein Abo da und liken Sie das Video.